So, Mäuschen hat hier wieder Nasenbluten gekriegt, als wir losmarschiert sind, aber war jetzt nicht tragisch. Ich muss nur nachher die Tropfen wieder wegputzen. Ich wollte sie jetzt nicht noch mal hinlegen lassen, weil das dann ja wieder genauso sein könnte. Also die Finger sind nicht blutig, eins nach dem anderen, eins nach dem anderen, jetzt war sie aufgeregt. Jetzt war sie aufgeregt, habe ich dich einfach zu schnell rausgeholt. Und dann wird sie immer ganz aufgeregt, wenn sie merkt, dass sie Nasenbluten hat, dann will sie das immer gleich wegwischen. So ein sauberes Mädchen. Und ich sage immer, das braucht sie nicht, ich wische das dann schon weg, aber sie will dann immer mithelfen. Und heute bist du wieder am Schnaufen, war wieder wärmer als gestern, aber jetzt kühlt es ab. Gehen wir noch ein bisschen? Komm, lauf mal ein bisschen, lauf mal ein bisschen. Zeig mir, dass du laufen kannst. Komm. Guck, das Licht geht schon an. Ja, es dämmert schon. Gar nicht allzu lange Zeit. War noch Tag hell um die Uhrzeit. So, Prinzessin. Alles gut. Muss mal runterfahren. Kannst dich auch hinlegen. Ich weiß, du willst leckerlich. Alles gut. Nicht so aufgeregt. Nicht so aufgeregt, Schatz. Sonst kriegst du wieder keine Luft. Ja, alles gut. Gell? So langsam machen. So, ist fein. Jetzt habe ich schon gedacht, sie hat das Leckerli vergessen. Aber sie wäre nicht meine Donner, wenn sie Leckerli vergessen würde. So. Madame marschiert. Nachdem die Sonne jetzt weg ist, können wir vielleicht die komplette Runde drehen. So. Das heißt, das nächste Leckerli. Au. Das war mein Finger, den du da gebissen hast. Ein Blick rüber zum Schloss. Abendlicht. In der Landwirtschaft brennt Licht. Da sind sie am Schaffen. Sonnenuntergang der Rest. Und hier schnauft meine Donner wie eine Dampflok. Donner, was ist denn los? Nehmen wir weiter. Aber langsam. So, sie schnauft zwar. Man hört auch ihren Kehlkopf. Das ist das Geräusch. Magst du ihn mal ein bisschen hinlegen? Hier. Blumms. So, ist gut. Machen wir erst mal ein Päuschen. Donner kriegt wieder Leckerli. Alles gut. Jetzt tun wir mal wieder Luft holen. Es geht in den Wind. Ein Dornröschen unter den Donnern. Okay. Damit der Wunke jagen.